Yo Leute und Willkommen zu Glory Waro, Hashtag Discovered mit Veri. Wir gehen jetzt hier raus, hoffen, dass die hier nichts machen. Nicht direkt den ersten Baum nehmen. Wir wollen nicht unbedingt klatschen, weil es sind allgemein nicht so gute Spieler dabei. Und wahrscheinlich haben wir es sogar mit die Unterwesten neben uns. Ich bin vor etwa einer Stunde aufgewacht und habe noch keinen MC gespielt. Ich bin draußen. Ich bin draußen weg, weg, weg. Ja, der hat den Baum nehmen. Ja, den Baum, okay. Wer, wer oben? Ich brauche den Unterwesten. Okay. Du machst wer, ich mach dir weg. Ich kann mir Schwert machen. Oh mein Gott, diese Kraft-Skills sind... Wollen wir mitlaufen? Wir klatschen. Äh. Na. In der Mitte sind welche. Die können nicht raus. Lass die klatschen. Oh mein Gott, das ist so asozial. Das ist asozial. Das ist asozial. Das ist asozial. Das ist asozial. Nice. Nice. Okay, das ist so asozial. Ja. Nein, egal. Wir laufen. Direkt da weg. Okay, da weg. Hey, wohin? Hier. Direkt. Ah, okay, okay, okay. Das ist ein bisschen asozial von uns gewesen. Sorry auf jeden Fall. Ich denke, die werden respawned, aber es sind trotzdem killed so gesehen. Ja, guck da unten. Wir dürfen uns nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Ja, ist gut. Wir haben First Blood. Ja, wir haben First Blood. GG. Ist ja, ist zwar asozial, aber... Es ist asozial, aber komm, ganz ehrlich. Wahrscheinlich gab es da irgendeinen Bug. Wenn es ein Bug war, werden sie auf jeden Fall respawned. Also keine Ahnung, ich glaub nicht, dass es ein Bug war. Ich hab leider. Hast du schon je... Wo bist du, wo bist du? Hä? Digga, wo bist du? Da, da, da. Ich glaub, hier waren Leute. Hier waren Leute. Weil ich bin ja irgendwann auf dem Server, weil ich im Server Team bin und hier war zu arbeiten. Ich bin gut. Lass einfach weiterlaufen. Lass weiterlaufen. Nein. Ich werd direkt Steinschweiler machen, wenn's geht. Hast du Holz? Nein, da hinten. Ja, dann da hinten. Holz. Und erst dein letztes gebraten ist, vielleicht wird's direkt. Ich hab, ich hab drei gebraten vielleicht. Und du? Ach du hast die gebraten, ich hab... Ich konnte das nicht ändern, natürlich. Okay, okay. Okay, lass die abbauen. Solche brauen? Jawohl. Sehr gut. Wie viel Holz brauchen wir für Steinenzeug? Drei, oder? Ich hab auch noch drei Sticks. Ich hab auch noch drei Sticks. Wollen wir das hier machen, oder wollen wir irgendwo anfangen? Hier ist die Höhle direkt. Lass das machen hier. Ja, ja. Schrauben wir müssen... Hier ist das auch noch. Ich hab die einzige... Ach, ja, auch mal... Hä? Ach, was haben wir auch gepflegt? Flo... Flo? G-Flo, ja Flo. Flo... Ich kann nicht für dich unterstehen? Ich will den noch weg... Ja, ich will den noch weg... Drei Keir, zeig mir euch mal zu. Koppel, komm, komm. Die Haft... Die Haft... Ja, genau. Alles gut. Nein, ich glaube, der Ding ist tot. Nein, Mo ist tot, sein Maid. Ripped. Da ist ein Eisbio. Aber wir sehen echt nichts. Wir sehen jemanden. Ja, ist doch gut. Also, ich habe x-ray Bock. Wir brauchen Holz, um wir zu nehmen. Pass auf mich auf, ich hole Holz, dann muss ich den Motor machen. Aha, was? Wo bist du? Hast du noch eine Werkbank? Nein. Und zwar haben wir uns das geplant, weil, wie gesagt, ich wusste, dass hier ein Meer ist. Und deswegen haben wir schon geplant, dass wir Boote machen. Es ist ein bisschen vorgeplant, aber ganz ehrlich, kann man nichts machen. Hier kommt echt niemand, gell? Ja, aber ich wundere mich vor die Zierach. Okay, ist das nur ein Boot? Nee, ich habe auch eins. Lass hier noch am Wasser rumlaufen und gucken, ob wir hier noch Zucker rauf finden. Ja, Zucker rauf, wäre richtig lecker. Da sind Schafe, lass die mit mir. Ja, schaffe ich immer gut. Man tötet ihn mit deinem Holz, damit unser Steinschart nicht kaputt geht. Als ob das Steinschart kaputt gehen würde. Kann ich dich hitten? Nee, gut, kann ich nicht. Nein, können wir uns nicht. Okay, wie viel Essen hast du? Ich habe sechs, acht und eine gebraten. Ich habe zwei gebraten, ne? Ich esse jetzt das eine gebraten. Also, ich habe jetzt noch ein einziges gebraten, ne? Eins würde ich behalten gegen Dings, falls wir verfolgt werden. Stimmt, ja. Das ist schlau. Ähm. Ich würde alle Tiere töten, ne? Lass hier weitergehen, am Strand. Warte, ich kann gerade nicht sprinten. Ich muss das gebraten. Fahriax hat noch ein Kill, wir sind nicht mehr Top-KT. Flo, nein! RIP, Flo! Lass über das Wasser, lass über das Wasser. Ja, ich will jetzt echt nicht sterben. Ja, lass über das Wasser, komm. Okay, so. Und zwar... Falls ihr gerade denkt, wieso spielt der Typ so schlecht? Ich habe ewig keinen, äh... LOL, hier ist ein Minenschacht. Unter uns? Ich habe einen X-Ray-Bug, ich habe einen X-Ray-Bug, aber da unten ist ein Minenschacht. Merkt ihr das, merkt ihr das? Wir gehen da später hin. Das könnte sogar High-Level sein, das könnte sogar High-Level sein. Ich sehe Gold. Das ist gut. Das ist so RIP, Alter. Also hast du X-Ray-Bug? Ja, X-Ray-Bug. Okay, komm, komm, komm. Als ob ich echt das X-Ray-Bug nutzen würde, ihr Hurenzone. Nein, alles gut. Merkt ihr das einfach, merkt ihr das? Ja, warte, ich kann nicht mal kurz sein und werde das zensieren. Okay, gut. Merkt ihr einfach, dass wir hier ein... äh, Dings haben. Äh, hier sind Hühner, Hühner, Hühner. Hier ist, glaube ich, hier ist Kanner. Ja, klar, wohl die Hühner mit, wohl die Hühner mit. Alle Hühner mitnehmen. Äh, hinter dir. Wir brauchen ein Zuckerrohr. Ja, aber das kann man auch später noch holen. Nein, das ist AIDS. Klar, das ist AIDS, aber... Ich will nicht mehr hochgehen. Da sind Schafe, das geht nicht. Hier ist, glaube ich, echt niemand. Wir sind die ersten. Nein, das ist gut, das ist sehr gut. Hier ist eine Cave. Wollen wir uns schnell Iron Shorter machen? Wollen wir nicht einfach weiterlaufen? Hier wird niemand sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass jemand ist. Boah, der ist auf 700. Hä? Wir sind so bald von der... Nein, 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 Border ist größer, wir sind schon hinter 700. Was ist das nächste? Lass uns mal. Ich weiß, Border... War der Spawn bei 0,0? Äh, ja, war er, genau. Okay. Hier noch Schafe kommt zurück. Ey, wir sollten essen braten. Ich will nämlich nichts groß essen. Ich würde aber... Ja, lass aber erstmal weiter gerade auslaufen. Okay. Ich kann gleich wieder sprünten. Soll ich jetzt das letzte vielleicht essen? Weil hier wahrscheinlich eh nicht mehr so... Also ich denke nicht, dass jemand kommen wird. Okay. Und wir werden ja, wenn wir keine Tiere mehr sehen, werden wir uns eh direkt Iron Shorter machen, dann würde ich sagen. Eventuell auch direkt Rüstung. Das wäre sehr gut. Wir sollten vielleicht in den Wald rein, weil ich... Digga, hier ist halt... Hier wird halt nicht zu kurz sein, weil es... Warte mal, ich habe eine Idee. Hast du Holz? Drei. Schneebel ist nicht erlaubt, oder? Ja. Lol, ja, mach. Aber nicht wie ein Ateramiche in den Gegner reinboosten, ne? Ne, danke. Das wird nicht mehr passieren. Könnt ihr auch ein bisschen Schneeballe? Ich habe keine Schaufel. Achso. Macht ihr auch eine. Warte, ich will dich ja ausprobieren, ob ich dich boosten kann, okay? Ja, geht. Das ist aber gut, Luger noch. Stimmt, da können wir uns in... Da können wir uns in... Da können wir uns boosten. Wenn wir jemanden verfolgen, boosten. Ja, da hinten sind noch Schafe, komm mit. Ja. Ich habe jetzt erstmal drei Stacks. Ich denke, das wird reichen an Schneeballen. Klar reicht das. Äh, wo bist du? Weri, wo bist du? Ich bin hier weiterglauben. Hier, hallo. Nein, nein, zurück, rechts, rechts, rechts. Da ist noch ein Minenschacht. Als wenn. Das ist so ein fetter Minenschacht. Ich glaube, das ist ein Einzieher, gell? Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Wo bist du? Ich habe da, glaube ich, den Namen gesehen. Ich weiß es nicht. Ist du voll? Äh, essenstechnische, nein. Ja, aber ich meine Herzen. Ja, ich esse mich auch noch voll, okay? Hast du das gegraten dann noch? Nein, ich habe das gegessen. Aber wir haben Leder, gut. Okay, wir brauchen Zuckerrohr, hey. Wir brauchen nur Zuckerrohr. Vielleicht, wir dürfen ja heute vier Folgen machen. Ja. Nach der noch drei. Vielleicht gehen wir, vielleicht warten wir. Wir gehen wir gleich direkt unter die Erde und warten. Wir gehen dann in der letzten Folge hoch und so ein Zuckerrohr. Weil ich habe keinen Bock, wenn der Server voll ist, zu suchen. Stimmt. Warte, hier ist noch, hier ist noch ein Sandding. Sandbium. Dass da noch drin geht. Ja, dann wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hier ist genau hinter dir. Ey, wir haben echt Lack einfach. Legendmo ist tot. Nein. Hey, du, ich habe Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Ja, nice, nice. Hey, ist der gut? Ist der gut? Das sind zwei Kollegen von mir, mit denen ich für den Klang geleitet habe. Sind die gut? H-Reakt, also ich habe lange nicht mehr mit denen gezockt. Früher habe ich beide geballert. Komm mit, lass hier weiter, lass hier weiter. Hier ist doch, hier ist doch Ding. Minenschacht. Wollen wir uns da runter bauen? Ja, natürlich. Aber lass aber zu den einzelnen Bäumen und da abbauen und nicht in dem Wald, wo uns hier... Stimmt, wir brauchen noch Holz, wir brauchen noch Holz, stimmt das recht. Ich habe keinen Bock an, um in dem Wald zu sein, wo von hinten direkt einer kommen kann und das Krippen kann. Ja. Hier ist Border, hier ist die Border. Oh mein Gott, was? Ja, 1000, 1000, falls. Und hier die Richtung 1000 Glöcke. Oh mein Gott, das sind 2000. Ja. Äh, warte, ich gehe kurz... Pass auf, okay? Pass wirklich auf dich auf. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Bleib einfach hier, bitte. Ich gehe steinfarmen. Komm, wo war eigentlich das jetzt jemals, kommt, ne? Ja, pass einfach auf. Ich will, ich will nicht mehr foodwresten. 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 10. Nimm zwei Stecks, sowas. Weiß Stecks. Ja, ich will viel Holz. Ich brauche immer, ich brauche immer viel Holz, du weißt so, um, ja, OEC-Taktik-Salt. Es leben nur noch 22 Leute, die Border wird schon bald kleiner, wir müssen mehr rein. Denkst du? Die Border wird doch erst nach dem 10. Spieltag oder so kleiner, nicht? Nee, nach, wir haben die, haben ich doch eben gesagt. Nein, ich war da auf dem Klo. Wir bereden das gleich noch mit seinen. Das wäre nämlich übel, ey, wenn jetzt schon so viele sterben. Weil normalerweise wird die Border bei, äh, haben wir gesagt, wird die Border kleiner, wenn wir, äh, nur noch 20 leben, dann. Komm mit, lass weiter. Äh, 22. Komm mit, lass einfach weiter, ich bin hier, ich bin weitergegangen. Wo bist du? Ich kann nicht überspringen. Ich will jetzt braten. Ja, dann, ja, dann lass du den Baum und dann braten. Hast du Holz, hast du Holz? Ja, ach, ich will ja noch weiterfahren. Wenn jetzt jemand kommt, bin ich rippen. Dann frisst du einfach kurz was. Press eingebraten, ein Ungebratenes, einfach eins. Ich will das jetzt nicht mehr wasten, sorry. Wollen wir einfach hier in die Cake gegangen? Gib mir doch eine scheiß Werkbank. Ja, lass hier in die Cake, aber... Den Mindshift war halt relativ weit weg, gell? Ja, aber den können wir ja später noch holen. Wenn jemand unsere Folgen schaut, der Mindshift ist übel OP, das weißt du. Dann lass doch jetzt in der Folge kurz Eisensachen machen, dann in der zweiten dahin. Eben, Mindshift kannst du auch Eisensachen machen. Ja klar, aber jetzt nochmal zurücklaufen ist gefährlich. Als ob das gefährlich wäre, das sind 100 Blöcke. Das sind 100 Blöcke, der Aufzug nicht mal zeigen kann. Was? Ist egal, passt. Okay, ich hab Essen. Okay, ich hab... Hast du viel Food? Hast du viel Food? Ich hab 39 Schafe und 2 Hohnen. Oh, geh mal ein bisschen, was ich fast gar nicht... Ich hab alles ungebraten. Ich krieg's in die Öfen. Ich hab mein Holz halt rein, um eins zu braten. Ja. Ey, Flo ist echt... Ey, Flo schritt der Pisser, schreibt, wir sollen überleben und stört dann. Ja, Alter, so ein Huso. Typical Flo, Alter. Hast du noch Stein, hast du noch Stein? Äh, nein, gar nichts mehr. Warum? Weil ich so einen Steinack gemacht hätte, weil's schneller geht. Stimmt. Warte, wie war das nochmal? Die Zeit? Ey, soll ich nochmal... Ich kann nochmal gern fahren, oder? Ich geh mal kurz... Mach mal kurz, geh 3 Stück fahren. 6 mach ich. Für... Nein, Alter, jetzt ist hier Diorit, man. Will der mich ficken? Ja, komm, mal auf den Hund, warte mal. Das ist nicht V-Tiers, hätte ich das sagen können. Wir haben noch 4 Minuten. Nur noch? Ja. Ist schon die erste Folge vorbei. Äh, 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 äh. Ja, ist egal, scheiß auf den Hund. Den geht dein Hund. Ja. Hast du... Hast du... Ich hab neun Steine. Ich weiß nicht, ob's geklingelt hat, ist das Problem, ne? Was? Es kann sein, dass es geklingelt hat, aber ich hab nicht gehört hab. Wenn's geklingelt hat, dann Fick drauf, Alter. Äh, äh, hier, mach das stuff. Ja, okay, in 3 Minuten ist vorbei. Ich hab halt kein Holz zum Braten. Digger, stell deinen Hund aus. Okay, komm. Nein, es breit doch noch. Oh, ne, komm, ich nehm's einfach mit, ich nehm's einfach mit. Ich nehm's einfach mit, alles gut, ich hab eh kein Holz. Lass jetzt noch zwei Bäume holen und zerhärten. Ich hab halt gar kein Holz, gell? Ja, dann komm, komm weiter. Wir holen jetzt noch zwei Bäume und dann gut. Okay. Schon wieder der X-Way-Bag, Alter. Da, da oben. Ich glaub, ich hab nen Namen gesehen. Rein da, oder? Ich hab glaub, ich hab glaub, wenn... Oder hab ich den in der 5-Dicht gesehen? Bin ich blöd? Ich glaub, ich hab in der 5-Dicht gesehen. Lass uns mal schauen. Ich hab jetzt hier keine Lust. Da ja, flachst du. Ja, klar, aber ich... Nein, da ist ein Skelett. Es spawnen halt schon Mobs. Ja, dann... Ja, egal. Soll ich das Skelett töten? Warte kurz, wir holen jetzt hier die Bäume und dann gehen wir. Ja, also ich hab keine Axt, gell? Ich hab gar nichts. Pass einfach auf, dass mich keiner zu tot wird von der Seite. Und wenn wir den Mindshaft finden, können wir doch im Mindshaft-Holz fahren, he? Auch wieder warm. Dann lass aber jetzt um Mindshaft gehen. Ich brauch halt echt Holz. Also gib mir ein bisschen was vom Holz ab. Pass auf, das Skelett. Ähm... Gut. Okay, dann lass um Mindshaft. Danke. Danke. Okay, dann warte, warte, warte. So, jetzt... Okay, du fightest das Skelett, auch gut. Ähm... Okay, jetzt komm mit... Komm bitte mit mir mit. Ich kann damit eigentlich gleich... Hier muss ich irgendwann mal, wenn meine Mama ins Zimmer kommt. Aber es ist ja jetzt eh fast vorbei. Ich hab's geh. Hier ist noch mein Zucker, okay? Hol das mit. Nein, hier ist ein Creeper! Wuh! Alter. Ich denk nicht mehr, wenn wir zu den Creepern geraten. Nehmen wir das doch mal mit. Hast du noch ein Getratenes für mich? Äh, ja klar. Wo ist das ganze Essen genommen? Ja. Ja. Ja, das ist gut. Hier in der Nähe war der Mannschaft. Aber wir haben echt gut Essen zu dem Anfang. Waren sie so weit, der ist. Ich weiß nicht mehr genau, wo der Mannschaft ist, gell? Da, nach Schafen, lass sie trotzdem mit dem Essen. Ja klar. Guck mal, ist die Schafen, oder? Und die schweigen, Alter. Ja, okay, war niemand. Noch mehr zu kommen, bitte. Noch mehr zu kommen. In einer Minute werden wir gekickt. Ja, wir haben genug Essen. Ist egal, wir haben dann eine Mannschaft. Ich schau dann die Cords nach, wo der Mannschaft war. In meiner Aufnahme. Wir haben hier... Hörst du nicht, ja, oder? Ja, ja, ich hör nicht, alles gut. Ähm, das ist halt an sich ein bisschen Bug-using, aber komm, ganz ehrlich, ob nicht. Ich bin zwar selber ein Mod-Team und ich, keine Ahnung, jeder hat mal Chunk-Bugs. Und als wenn wir das jetzt ignorieren, ganz ehrlich. Ja, klar. Das musst du halt auch auslusten. Es ist ja nicht absichtlich provoziert oder sowas. Äh, wo bist du? Wir haben uns gekannt. Hier im Wald sind ganz schön es da. Äh, sehe ich, sehe ich. Also wir haben jetzt zwar die erste Folge in Anfangszeiten verschwendet. Nein, wir haben richtig viel Food. Ja, klar, aber keine Ahnung. Also der Mannschaft war auf jeden Fall bei 600, das weiß ich noch. Dann laufen wir da nächste Folge hin. Ja, komm mal hier beim Berg. Schmiedekunst. Also siehst du, die haben auch noch fast keinen Stuff. Wo bist du? Äh, auf dem Berg drauf. Hier, ja, genau. Braucht man Bolle? Nee, oder? Wir brauchen keine Bolle. Äh, Betten. Für einen Ender eventuell. Boah. Gleich ein Mado oder was? Ja. Okay, gut, das war's mit der ersten Folge. Ja, gut. Wenn es euch gefallen hat, lassen, liked ja und, ähm, checkt auf jeden Fall aus, das war's mit der ersten Folge. Ja. Ich bin ein bisschen gehypt. Ja, ich auch. Also, war ein guter Start. Jo, war ein guter Start. Checkt auf jeden Fall auf jeden Fall aus, das war's und ciao. Ciao. Ciao.